Wir befinden uns hier an der Dresdner Neustadt im Ostfuhl, also in einem von zwei Clubs, wo vom 2. bis 3. März diesen Jahres das Reverberation Fest stattfindet. The Festival for Psychedelic Music and Arts. Wir, das sind nur zwei von vielen, vielen Helfern, die dieses Projekt seit nunmehr drei Jahren ehrenamtlich begleiten. Das Reverberation ist ein zweitägiges Festival. Wir verbinden Musik, Kunst und Performance und laden dazu lokale, nationale und internationale Künstler ein. Dieses Jahr haben wir neun Bands, unter anderem aus Deutschland, England, Ungarn und Frankreich, diverse DJs und ein paar Überraschungen, die wir noch nicht verraten wollen. In den letzten Jahren haben wir auf uns gestellt versucht, ein Festival mit musikalischer Bandbreite zu etablieren. Leider fehlte jedoch teilweise die nötige Resonanz dafür. Deswegen benötigen wir nun eure Hilfe, denn nur gemeinsam mit euch können wir unsere Ideen umsetzen und ein über die Landesgrenzen hinaus attraktives Festival entwickeln. Und wie das aussehen könnte, soll ich jetzt das Video vom letzten Reverberation 2016 zeigen. Und wie das aussehen könnte, soll ich jetzt das Video vom nächsten Mal aussehen. Ich gehe im Dessert durch einen Teil des Zoller. Ich gehe im Dessert, unter anderem aussehen. Ich gehe im Dessert vor sehr lange Zeit. Ich gehe im Dessert für einen Teil des Zoller. Ich gehe im Dessert für einen Teil des Zoller. The sun is high in the sky, and I can feel the heat burning my feet. I'm lost and confused. This was one of the Laborこれは around us, and you can find it very permanent. It's going on, and you can see it. I'm not sure what I'm seeing this and it's fine. You can see the First Live Struck planes from up to down to down. Untertitelung. BR 2018 Je n'ai vu personne depuis des jours quand soudain une illusion apparaît, l'océan. Je me précipite et me rappelle qu'il ne faut pas boire le salut. Il ne faut pas boire le salut. Il ne faut pas boire le salut. Pas boire le salut. Pas boire le salut. Pas boire le salut. Untertitelung des ZDF, 2020